Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Am 11. Januar ist wieder ID Reset und Blizzard hat diese Nacht eine neue Patch-News veröffentlicht. Es erwarten uns neue Klassen-Buffs und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Mehr dazu jetzt im Video. Bis zum nächsten Mal. Und eventuell auch Nerfs halten werdet. Und jetzt, let's go mit den Patch-News. So, dann schauen wir uns mal an, welche Klassen einen Buff bekommen, welche Klassen einen Nerf bekommen und wie meine Meinung dazu aussieht. Lasst euch hiervon nicht irritieren, dass hier 10. Januar steht. Der US-Reset ist immer einen Tag bevor dem EU-Reset, also dementsprechend am 10. Für uns kommt das Ganze dann Mittwoch am 11. Und dann ist das Ganze auch bei uns dementsprechend effektiv. Anfangen will ich mal mit dem Statement von Blizzard. Ich finde es immer cool, wie Google das übersetzt. Schneesturm. Also wirklich eins zu eins. Ich meine gut, woher soll ich es auch wissen. Blizzards Intention finde ich sehr, sehr gut. Sie wollen nämlich, dass ja unterschiedliche Klassen-Specs spielbarer werden in Mythic Plus und auch in den Raids. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Meine Meinung ist, Vielfalt braucht das Spiel. Jeder Speck hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Und vor allem, jeder soll auch das spielen können, worauf er wirklich Lust hat. Wenn ich da jetzt mir noch einen rauspicke, den Hexenmeister zum Beispiel. Ich spiele jetzt selber keinen Hexer. Aber ich glaube, ich habe zu 99% Dämonologie-Hexer gesehen oder Hexerinnen gesehen. Ich glaube, da gibt es einige darunter, die vielleicht auch Gebrechen oder auch Zerstörung spielen wollen. Es macht nur aktuell keinen Sinn, dies zu tun. Vielleicht macht es das nach diesem Patch. Aber fangen wir von vorne an. Wir legen los bei dem Geisterjäger, so wie ihn die Google-Übersetzung nennt. Es ist der Demon Hunter. Und der Demon Hunter bekommt einen Buff. Gerade für den Tank-Demon Hunter. Der bekommt einen Rüstungs-Buff für dicke Haut um 130%. Der anfängliche Schadensreduktionswert von verkalkter Haut wurde auf 12% erhöht. Das war vorher 10%. Und die Dauer von Schmerzbringer wurde auch um eine Sekunde erhöht. Also ich würde es als kleinen Buff bezeichnen. Können die Demon Hunter-Tanks unter euch vielleicht mal drunter schreiben, wie sie das sehen. Brauchte der Demon Hunter das? Für mein Dafürhalten würde ich sagen schon. Denn gerade in Mythic-Plus-Dungeons hatte ich das Gefühl, wenn ich einen Demon Hunter geheilt habe, dass er teilweise schon echt üble Schellen bekommen hat. Was mich ordentlich ins Schwitzen gebracht hat. Aber bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dann kommen wir zum Droiden und vor allem zum Feral-Droiden. Und hier muss ich sagen, wo ist die Eule? Also für mein Dafürhalten hat der Feral-Droide vorher schon unglaublich, also bevor dieser Patch jetzt live gehen wird nächste Woche, Mittwoch, also zum jetzigen Zeitpunkt, macht der Feral einfach schon unglaublich viel Schaden. Und jetzt wird das Ganze nochmal um 3% gebufft. Da muss ich sagen, okay, vielleicht kenne ich auch nicht die besten Eulen, obwohl würde ich nicht sagen. Vielleicht ist das auch irgendwie eine Intention von Blizzard. Aber für mein Dafürhalten hätte ich hier, glaube ich, eher die Eule gebufft als den Feral. Aber gut, Blizzard wird sich dabei was denken. Blizzard hat alle Daten. Und vielleicht ist auch einfach nur, meiner Ansicht, das Ganze einfach falsch. Gehen wir weiter zum Rufer, beziehungsweise Evoker. Auch der Spec, beziehungsweise die Klasse, bekommt im Damage-Spec einen kompletten Buff. Bei der letzten Klassenanpassung am 21.12. hat er schon einen kleinen Buff bekommen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war dort nur eine Fähigkeit, die gebufft wurde. Jetzt werden ganz viele Fähigkeiten angepasst und wir sehen hier signifikante Erhöhungen. Teilweise um 10% beziehungsweise 20%. Da kann man schon aus meiner Sicht von einem massiven Buff sprechen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ob der vorher schon unglaublich viel Schaden gemacht hat. Ich persönlich habe noch nicht so viele Damage-Evoker gesehen, also Spieler gesehen, die den wirklich auf DD spielen. Was ich sehr viel sehe, sind Heiler vom Rufer. Die sind auch wirklich cool. Die hauen auch wirklich gut Heilung raus. Ob wir jetzt mehr Evoker sehen, die dann auch Schaden spielen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Aus Erfahrung heraus kann ich nur sagen, dass jemand aus meiner Gilde, der den gespielt hat, rerolled hat, also seine Klasse gewechselt hat, weil ihm der Evoker einfach viel zu wenig Schaden gemacht hat und er da überhaupt nicht auf seine Kosten gekommen ist. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Könnt ihr vielleicht sagen. Haut es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Der nächste, den wir im Bunde haben, ist Jäger. Und da kriegt der Survival-Hunter einen Buff. Der gesamte Fähigkeits- und Begleiterschaden wurde um 2% erhöht. Schlachten und Schnitz wurden um 10% erhöht. Zornesadler um 10% und die Lauffeuerbombe wurde auch um 15% erhöht. Und ich weiß nicht so recht, ob das dazu führen wird, dass wir jetzt mehr Survival-Hunter sehen. Weil meine ganz klare Meinung dazu ist, wir brauchen nicht noch eine Klasse, die Melee spielen kann, beziehungsweise eine Spec auswählen kann, wo sie Melee spielt. Denn gefühlt gibt es fast nur Melees in Dragonflight. Ich meine, ist auch klar, wenn man sich die ganzen Damage-Listen anguckt und so, Melees schneiden da einfach unglaublich gut ab in dieser Expansion. Ich weiß nicht, ob das dazu führen wird, dass wir jetzt mehr Survival-Hunter sehen. Ich kenne den einen oder anderen Hunter, die jetzt Jäger schreien, weil sie mit Begeisterung Survival spielen. Nur leider auch bei uns im Raid einfach das nicht spielen können, weil wir sonst gefühlt mit 90% Melees in diesem Raid laufen würden. Ja, bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ja, und jetzt kommt ein Buff, der mich wirklich, wirklich freut. Magier. Zu 99% habe ich in Dungeons Arcan-Magier gesehen. Ab und zu sind mir mal Frostmages über den Weg gelaufen und Feuer habe ich so gut wie gar nicht gesehen. Am 21.12. gab es schon mal einen Buff für den Magier, gab es auch schon mal einen Buff für den Feuer- und für den Frostmagier und jetzt wird das Ganze eben nochmal angepasst. Mich persönlich freut es sehr für diejenigen, die ja lieber Feuer- oder Frostmagier spielen als Arcan, was wohl im Moment die Meta ist. Und ja, wie sieht das aus beim Feuermager? Der Flammenschlag-Schaden um 15% erhöht wurde. Der Schaden von lebende Bombe wurde auch um 25% erhöht. Und das freut mich gerade für einen Frostmagier, den wir bei uns im Raid haben. Der Frostblitzschaden um 20% erhöht wird. Der Schaden von Froststrahl, entschuldigt bitte, wenn hier die ganze Übersetzung nicht zu 100% stimmt. Ich denke mal, die Magier unter euch wissen, was gemeint wird. Wurde um 40% erhöht und der Schaden von Gletscherstrahl wurde auch um 10% erhöht. Also auch hier ein ordentlicher Buff. So wie ich sehe, auch eher für Single-Target-Spells. Denn ich glaube, AOE hat der Frostmagier schon ganz gut performt. Zumindest in Mythic-Plus-Dungeons, was mir so aufgefallen ist. Aber auch da haut es gerne in die Kommentare. Ja, Mönch, Braumeister, Mönch-Tank. Habe ich noch nie gesehen in Dragonflight. Also es gibt wohl ein paar, sind wohl so seltene Ausreißer. Jetzt kriegt er einen Buff. Ob der dann wieder häufiger gespielt wird, weiß ich nicht. Ich fände es cool. Würde mich für jeden Monk-Tank freuen, dass durch diesen Buff der Monk-Tank wieder ein bisschen spielbarer wird und häufiger auch mitgenommen wird. Weil meist geht es ja eher darum, wer mitgenommen wird, anstatt was spielbar ist. Viele halten sich ja einfach an die Meta, auch gerade bei Mythic-Plus-Dungeons, gerade in höheren Keys und nehmen dann halt wirklich nur die Meta-Klassen mit. Ja, vielleicht führt das den Monk-Tank dann wieder mehr an die Meta ran und führt auch dazu, dass er dann häufiger mitgenommen wird. Aber vielleicht ist das auch anders. Wir werden es sehen. Hier wird gebufft. Die Wirksamkeit von Taumeln gegen magische Schaden wurde um 10% erhöht auf 45, vorher war es 35 und die Abklingzeit von himmlisches Gebräu wurde verringert auf 45 Sekunden, vorher war es 60. Ja, und dann bekommt auch der Nebelwirker, also der Healmonk, einen Buff. Und hier muss ich sagen, den hat er auch sowas von verdient. Ähm, also die ganze Klasse war, also beziehungsweise der ganze Speck war aus meiner Sicht highly underperforming, ähm, auch gerade in Raids. Also wenn ich das verglichen habe mit dem, was ich mit meinem Holy Priest heile und was da gegen den Mistweaver an Heal-Output raushaut und bei gleichzeitigem Mana-Verbrauch ist schon enorm gewesen. Von daher finde ich es gut, dass die ganze Heilung um 5% erhöht wurde, dass die Heilung von Beleben, äh, um weitere 5% erhöht wurde. Und hier werden anscheinend auch noch so ein paar Damage, ähm, ähm, Spells erhöht. Warum das so ist, ich habe noch nie Nebelwirker gespielt, könnt vielleicht die Nebelwirker mal unten reinschreiben, warum, ähm, das, ja, trotzdem eine Buff darstellt. Ähm, dazu habe ich jetzt persönlich keine Meinung. Ja, kommen wir zum Vergelter Paladin. Der Paladin bekommt auch einen Buff. Aus meiner Sicht, ja, vielleicht liegt das daran, dass ich so wenig Vergelter sehe. Gerade, wie gesagt, ich kann mich immer nur auf das beziehen, was ich so als in, in, in Random-Gruppen sehe, wenn ich mal in Random-Gruppen unterwegs bin. Aber so viele Vergelter, muss ich sagen, sind mir da noch nicht über den Weg gelaufen. Und vielleicht führt das ja auch dazu, dass, ähm, ja, dass der Vergelter dann wieder häufiger mitgenommen wird, häufiger gespielt wird. Ähm, denn das sieht schon nach einem enormen Buff aus. Dass hier der Schaden von Kreuzritterschlag um 40% erhöht wurde, der Schaden von Klinge der Gerechtigkeit um 25%, letzte Abrechnung um 15%, und die Abklingzeit von Schild der Rache wurde auf 90 Sekunden verringert, von vorher 120, das sind immerhin 30 Sekunden, das ist schon echt, ähm, echt enorm. So, und kommen wir nun zu meiner Herzensklasse, die, wer meine Videos schaut, weiß, ich bin, ähm, ja, begeisterter Holy Priest-Spieler, schon seit, keine Ahnung, Anbeginn von World of Warcraft. Und hier kommt etwas, was ich persönlich nicht verstehen kann, aber worüber ich mich natürlich freue, dass alle Heilungen vom Holy Priest um 3% erhöht wird. Ähm, muss ich sagen, hab ich jetzt nicht so gefühlt, dass der Holy Priest das braucht. Also, ähm, ich, ich persönlich hab einen Gearscore von 397, fahr so, wenn ich mir jetzt mal Terros anschaue, Terros HC anschaue, fahr ich so im Peak 70 bis 80k hps, wenn, wenn wir zum Beispiel im dritten Quarter sind bei, ähm, bei Terros und wirklich viel Gruppenschaden reinkommt und ich CDs zünde und wirklich reinpumpe, dann komme ich wirklich schon so auf 70, 80k hps. Und, ähm, ich sag mal, overall im, im Durchschnitt liege ich so bei, äh, ich würde mal sagen 50k hps, ähm, die ich im, im Durchschnitt heile, ohne wirklich da in, in Bedrängnis zu kommen, dass ich out of mana gehe, ähm, gegen Ende des, äh, des Kampfes. Ähm, muss ich sagen, ja, äh, ich freue mich über die 3%, aber ich persönlich, ich kann's nicht nachvollziehen. Vielleicht gibt's andere Holy Priests unter euch, die sagen, ey, das hat der unglaublich gebraucht, ähm, dann ist alles gut. Dann freut's mich umso mehr. Beim Shadow Priest, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der schlechteste Shadow Priest auf diesem Planeten. Ich kann das überhaupt gar nicht spielen. Ähm, natürlich mach ich's trotzdem beim Questen, World Quest machen und so weiter. Ähm, wir haben einen Shadow Priest in der, in der Gilde und ich weiß, dass der Hooray schreien wird, wenn er das sieht, denn der bekommt einen Buff, gerade so was, ähm, was Single-Target-DPS angeht. Ähm, hier wurde, ähm, zum Beispiel Mindblast, wurde der Schaden, äh, um 15% erhöht. Mindflay, also Gedankenschinden, wurde um 15% erhöht. Auch, ähm, in, ähm, wenn man das mit Wahnsinns gilt, ähm, wurde das erhöht. Der Gedankenstachel wurde, der Schaden wurde um 15% erhöht. Äh, der Schaden von Strom der Leere wurde um 15% erhöht. Und die Krankheit, die wir verteilen können als Shadow Priest, wurde auch nochmal der Schaden um 15% erhöht. Also auch da, was Single-Target angeht, wurde hier echt massiv gebufft. Äh, bin ich gespannt, wie sich das ab nächste Woche dann auch, ähm, ja, ähm, zeigen wird, wie krass der Buff dann wirklich ist. Ähm, hier haben wir den einzigen Nerf, äh, in dem, ähm, in dem ganzen Patch, beziehungsweise auf PvE bezogen, auf die PvP-Sachen gehe ich ja nicht so ein, aber auf PvE bezogen haben wir hier den einzigen Nerf beim, ähm, beim Schurken. Ähm, hier gibt's auch eine, ja, eine, ähm, einen Entwicklernode von Blizzard, warum sie das, ähm, warum sie das gemacht haben. Ähm, das ist ein, ähm, ähm, Nerf des Talents Präzise Schnitte, dass, ähm, ja, ähm, der Schaden von 3 auf 2% verringert wurde. Also es ist 1% Nerf. Mal sehen, wie sich das auswirken wird, ähm, können wir die Schurken drunter schreiben in den Kommentaren, ähm, ob sie das jetzt als Riesen-Nerf empfinden oder, ähm, ob sie sagen, ja gut, ähm, auf die 1% schaden. Ist zwar schade, dass wir die verlieren, aber overall gesehen ist das schon, ist das schon in Ordnung, kann man verkraften. Ja, und hier hab ich ja schon zu Beginn angesprochen, der Hexenmeister. Und ich glaube, hier freuen sich wirklich alle Hexenmeister, die auch was anderes spielen möchten als, ähm, Dämonologie. Am 21.12. gab's ja schon diesen, diesen Patch, ähm, wo schon mal Klassen angepasst wurden und gebufft wurden. Da fiel das noch relativ gering aus, gerade bei Zerstörung. Ähm, bei Gebrechen gab's schon ein bisschen mehr Buffs. Und jetzt, ich mein, lest es euch selber durch. Es ist so viel, was hier gebufft wird im, ähm, bei den, bei den Hexenmeistern im, im Bereich Gebrechen und auch im Bereich, äh, Zerstörung. Ähm, ich hoffe so, so sehr, dass wir dadurch, ja, mehr Vielfalt im Game sehen, mehr Hexenmeister auch sehen, die wirklich guten Gewissens sagen können, ich kann jetzt endlich Gebrechen spielen, ich werd auch mitgenommen und ich kann jetzt endlich, äh, Zerstörung spielen und werd auch mitgenommen in Dungeons, äh, also in Mythic-Plus-Dungeons und auch in Raids. Ähm, ja, würd mich freuen für euch Hexenmeister und Hexenmeisterinnen da draußen. Ähm, ich glaub, den Buff habt ihr echt, habt ihr echt verdient. Ja, und wer sich hier noch die, äh, PvP-Patch-Notes anschauen würde, wer wo was gebufft, wer wo was genervt bekommt, ähm, kann das gerne tun. Den Link dazu hau ich euch unten in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr das Ganze selber nochmal nachlesen. Und an der Stelle war's das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Das sind die Patch-News gewesen, das sind die Buffs und Nerfs, die uns nächste Woche Mittwoch auf den Live-Servern erwarten werden. Ich bin sehr gespannt, ich bin vor allem auch gespannt auf eure Meinung, also haut sie gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um keines der Videos mehr zu verpassen. Mein Name ist Sifa, viel Spaß in Dragonflight, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao! Hier ist es, wie wir sehen, was da abonnt, jetzt gilt. Vater hat die Unternoferung an ihren 보니까, also in den Kanal macht's nicht. Vielen Dank.